Du, pass auf, ich bin nicht zum Plaudern hergekommen, ich hab ein Anliegen. Wieso? Was ist denn los? Ich hab da den Biber im Graben. Achso, der Biber, ja. Die machen alles kaputt, diese Mistviecher. Sagst du, was will ich sagen, Ocha, Mann? Der frisst mir eine Ernte rum, stopft mir die Drainagerohre voll und baut aus mir eine Maispflanze noch neue Staudämme. Unverschämtheit. Aber jetzt hab ich die Faxen dicke, du. Ja, richtig so, Thomas, richtig so. Ja, und da hab ich gedacht. Mensch, Uwe, könntest du nicht mal den Biber? Na, endlich. Ich fass es nicht, dass du das wirklich machst. Kathi! Ich bin Kathi. Ich werde nächste Woche 18 und ich möchte nicht zur letzten Generation gehören, die hier auf diesem Planeten leben kann. Na? Schmeckt's? Nicht schlecht. Ich bin der Uwe. Ich komme eigentlich aus Berlin. Aber ich hab in der Brandenburg geheiratet, meine Anke. Ich hab zwei Hobbys. Angeln und Jagen. Ich bin schon immer hier gewesen, seit meiner Geburt, jetzt seit 51 Jahren. Und ja, was gibt es über mich zu sagen? Ich bin eine leidenschaftliche Köchin und ich bin auch eine sehr romantische Frau. Das ist illegal und eine Schweinerei. Boah, aber ja, weil das Viech mich in den Wahnsinn treibt. Ikke, ich bin Thomas, Landwirt. Ich wohne hier mit meiner Tochter, 18. Ist eh bald aus dem Haus. Jeder Biber ist ein Problembiber. Ihr seid echt alle verrückt. Das, das ist der Biber, das ist der Biber, der Biber.